Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Video. Heute habe ich so ein paar Drogerie-Favoriten, die euch so aussehen lassen werden, als wäre es eigentlich High-End-Make-up. Und das ist ja, ja, ich würde schon fast sagen, mein Spezialgebiet. Das, was ich am aller, allerliebsten hier für euch auch raussuche. Ich habe ein paar spannende Drogerie-Produkte hier. Einige werdet ihr mit Sicherheit schon kennen. Einige geben euch wirklich aber ein ganz besonderes Finish. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin da, ich bin hier, ich bin bereit und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und legen direkt los. Falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt und ich starte auch mit einem recht neuen Produkt. Und das ist aus der Disney-Villains-Reihe, der Cruella Liquid Highlighter. Ich hatte euch den in dem Video gezeigt, gibt es auch bei Purish. Das ist im Prinzip ein Dupe zu dem Charlie Tilbury Hollywood Beauty Light Wand Highlighter oder Blush Stick. Das ist so eine Farbe dazwischen. Was ich damit total gerne mache ist, ich benutze den als Primer. Und ihr kennt mich, ich übertreibe gerne, was Glow angeht. Aber ihr seht es, der hat so eine leichte Rosé-Farbe. Und bei mir ist das Problem, will ich es nicht nennen, weil es ist kein Problem, es ist einfach der aktuelle Zustand, dass meine Haut so einen leichten Rosé-Unterton hat, beziehungsweise immer so einen leichten Rot-Touch hat und mein Hals ja auch oft recht rot ist. Das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Dadurch ergibt sich für mich aber so ein bisschen das Problem, dass mein Gesicht meistens mit den Foundations, die ich benutze, immer ein bisschen zu gelb aussehen. Und deswegen gebe ich den gerne unter meine Foundation. Weil auf der einen Seite dieser Glow durchkommt, auf der anderen Seite passt der sich so ein bisschen, der haut dann irgendwie an und die sieht super frisch und super prall aus. Und ich habe es in den letzten Wochen gemerkt, dass ich einfach viel zu wenig getrunken habe und meine Haut dadurch nicht nur schlechter geworden ist, sondern auch einfach nicht so schön aussah. Wenn ihr eine sehr, sehr ölige Haut habt, aber trotzdem ein Glow haben wollt, könnte das trotzdem was für euch sein, weil der trocknet nicht an, aber der lässt die Haut zumindest nicht so ölig werden. Wenn ihr dann eine matte Foundation drüber benutzt, scheint trotzdem nach zwei, drei Stunden euer Make-Up so ein bisschen durch und ihr seht wirklich den ganzen Tag super, super frisch aus. Ihr wisst es, eine meiner liebsten Foundations aus der Drogerie ist die L'Oreal Infallible. Mittlerweile ist es die 32 Stunden Freshwear Foundation, weil die sehr, sehr leicht auf der Haut ist und fast leer. Und die Tatsache, habe ich es festgestellt, mittlerweile ein sehr, sehr gutes Dupe zu der NARS Light Reflecting Foundation ist. Vom Finish, aber auch von der Langlebigkeit und vom Tragegefühl. Ich trage sie euch mal auf. Ihr kennt bei mir, ihr habt bei mir die NARS Foundation auch schon oft gesehen, aber mittlerweile bin ich ehrlich mit euch. Möchte ich einfach auch contentmäßig so ein bisschen mehr darauf achten, euch wesentlich günstigere Produkte zu kaufen und euch auch animieren, die Produkte zu benutzen, die ihr schon zu Hause habt. Im Anschluss gehe ich dann einfach mit einem Beauty-Schwamm über mein Gesicht. Und ich glaube, wenn ich euch ein bisschen näher ranhole, dann seht ihr auch, was ich meine. Die Haut strahlt jetzt einfach so ein bisschen mehr. Ja, und ich habe eine Sache neulich für mich herausgefunden, die ich euch einmal erzählen wollte, was bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich habe getestet, oder ich teste gerade die Typology Foundation. Die habe ich zugeschickt bekommen und ich fand das Packaging wirklich sehr, sehr süß. Und ich habe es ehrlich gesagt nur zufälligerweise getestet. Ich habe es benutzt und dann war irgendwas, ich glaube, die Post hat geklingelt. Und dann war ich in der Küche und habe vergessen, dass ich gerade dabei war, mein Make-up zu machen. Und eine Stunde später fällt es mir wieder ein. Ich schaue mir das Ganze im Spiegel an. Das Ganze sah richtig, richtig schön aus. Das Ziel sollte es so ein bisschen sein, die Foundation wirklich lange auf der Haut zu lassen, bevor ihr, wenn ihr mit Puder arbeitet, mit Puder arbeitet. So kann die Foundation sich sehr, sehr gut mit der Haut verbinden. Deswegen probiere ich das Puder jetzt auch ein bisschen hinaus zu zügern. Ich möchte Tatsache aber einen Lippenstift als Blush benutzen und das ist der Catrice Shine Bomb 030. Der ist sehr, sehr shimmery und sehr morphig, muss ich sagen. Also der ist so sehr, 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 sehr kühl und sieht damit für den Herbst jetzt, finde ich, perfekt aus. Die Catrice Lippenstifte halten sehr, sehr gut. Die haben einen pflegenden Anteil mit drin. Und auf der Haut sieht er dann auch gar nicht so dunkel aus, wie er vielleicht auf dem Swatch aussieht. Während die Foundation sich jetzt auch noch mit dem Lippenstift verbindet, können wir mit Concealer weitermachen. Und da habe ich einen für mich entdeckt, den ich persönlich recht gut finde und sogar besser als den Originalen. Das ist der Cover & Care Concealer von Catrice, Tatsache auch. Der ist aus dem neuen Sortiment und der ist so wie der HD Coverage Concealer, aber ohne Duftstoffe. Und somit habe ich auch nicht mehr das Problem, dass ich zu Tränenaugen neige. Das habe ich komischerweise immer nur im Frühjahr und im Herbst. Und ich kann euch gar nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht wirklich an den Duftstoffen, vielleicht werde ich da so ein bisschen sensibler oder so. Der ist aber ganz besonders. Ich will nicht sagen, dass der, der hat keinen Schimmer mit drin. Aber der hat so ein, der reflektiert, sehr edel. Und das kannte ich von einem Drogerie-Produkt, Drogerie-Concealer noch nicht. Der ist nicht wie der Concealer aus der Perfect Match Reihe. Ganz, ganz wichtig. Der hat ja wirklich Glitzer drin. Das hat der nicht. Der sieht einfach nur sehr, sehr weich aus. Und den blende ich mir auch mit rein. Und mein Eindruck ist, dass die Foundation, dadurch, dass ich sie wirklich lange auf der Haut lasse, wenn ihr könnt, lasst sie wirklich 10, 15 Minuten auf eurer Haut einmal arbeiten, dass man dann auch weniger Puder braucht. Und sie sich an die Stellen setzt, wo sie sich hinsetzen soll. Macht gar keinen Sinn. Ausgeblendet sieht das Ganze super frisch und super prall aus. Und jetzt können wir tatsächlich auch ein bisschen fixieren. Da ist immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob Kiko mit zur Drogerie zählt. Preislich würde ich es jetzt da mit reinzählen. Und das ist das Mud Fusion Pressed Powder. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Alternative zu dem Charlie Tilbury Hollywood Flawless Filter Powder, glaube ich, heißt das. Das klassische Charlie Tilbury Puder. Und damit gehe ich einfach nur ganz leicht rüber. Ich probiere jetzt im Herbst so ein bisschen vom klassischen Bacon wegzukommen, weil ich doch merke, dass meine Haut sich im Moment stärker verändert. Ich kann euch auch gar nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht liegt es wirklich am Wetter. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich jetzt auch noch wieder ein Jahr älter geworden bin zum letzten Jahr. Und dann nehme ich mein Microfiber Multi-Tool Mini, gehe hier auch rein und drücke es dann nur in meine Base. Von außen nach innen. Und somit nehme ich mir die Creases unterm Auge so ein bisschen weg. Poren weichzeichnen. Wenn ich es wirklich hier aufbaue, seht ihr das? Die Poren sind weg. Ohne. Und das ist das Verrückte an diesem Puder. Und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, weil da ist kein Schimmer mit drin, auf den Inhaltsstoffen zumindest. Dass die Haut aussieht, als wäre sie reflektierend. Ähnlich, ja, dieses Glowish-Puder von Huda Beauty, das liebe ich auch total. Das ist aber, also das hat wirklich Glitzer mit drin. Das sieht aus wie nass. Ich glaube, ihr könnt es nicht erkennen. Das ist wirklich eine gute Alternative zum Charlotte Tilbury Puder. Und auch so ein bisschen zu diesem Glowish-Puder, obwohl da halt kein Glitzer mit drin ist. Und ich finde, das sieht dann einfach immer sehr frisch aus. Mein Ziel mit diesem Video ist es so ein bisschen, euch auch zu zeigen, dass ihr mit Drogerie-Make-Up einfach wirklich schöne Ergebnisse hinkriegen könnt. Und ich orientiere mich so ein bisschen an den Trends der High-End-Brands. Ich verfolge natürlich viele. Ich teste auch sehr, sehr viel. Einfach, um euch dann die günstigere Alternative zu zeigen. Ich habe neulich etwas gelesen. Da habe ich, ich kann mir ein bisschen auf den Schlips getreten vor, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann es verstehen. Da wurde über mich, so nach dem Motto, er liest es eh nicht. Guess what? Und ich habe es gelesen, auch Kommentare unter anderen Videos, dass ich so ambivalent bin. Dass ich sage, ja, ich liebe Drogerie-Make-Up, benutze aber High-End-Make-Up, wenn man das mal hier auf meinem Tisch sieht oder so. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht wirkt es einfach so. Aber natürlich ist es ja auch meine Aufgabe, euch gute Alternativen aus der Drogerie zu High-End-Produkten zu zeigen. Und wie, wie echt ist es, wenn ich sage, dass es so ist, es aber nicht weiß. Und dadurch, dass ich diese Foundation gut und gerne auch benutze, kann ich euch sagen, dass die aus der Drogerie eine gute Alternative ist. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Aber das habe ich in der letzten Zeit oft so ein bisschen mitbekommen, dass hinter das Vieh geredet wird. Aber das ist okay. Ich gehe jetzt mit ein bisschen Puder einfach nur hier unten lang. Da ist es nicht so schlimm, wenn es nicht so glowy ist, einfach um so eine leichte Kontur mit drin zu haben. Ein Bronzer, den ich Tatsache jetzt erst wieder für mich entdeckt habe, ist der Infallible Bronzer, Fresh Wear, Mud Bronzer. Da sieht es schon ein bisschen durchgerockt aus. Ihr seht, ich habe ihn auch wirklich gut benutzt. Ich hatte ja ein Video gemacht, es war noch spätsommerlich, da habe ich ihn nass gemacht. Und ganz ehrlich, war mir viel zu aufwendig. Jetzt, wo er wirklich durchgetrocknet ist wieder, ich habe ihn eher gefühlt unter den Niagara-Fälle gehalten, gefällt er mir sehr, sehr gut. Weil ich ihn einfach nur so ein bisschen aufstempeln muss und sofort wieder Wärme im Gesicht habe. Der ist matt, also es ist auch ein matter Bronzer, steht drauf. Der sieht aber nicht matt auf der Haut aus. Und das ist etwas, was ich im High-End-Bereich ganz oft sehe, dass die Texturen natürlich auch mit Inhaltsstoffen angereichert werden. Das ist der Unterschied, inhaltsstoffmäßig zumindest, von High-End und Drogerie-Maker. Weil oft, nicht immer, aber oft, dass im High-End-Bereich einfach nochmal ein paar andere Inhaltsstoffe drin sind, die die Haut besonders pflegen sollen oder ein besonderes Finish erzeugen sollen. Ich weiß jetzt nicht, was hier mit drin ist. Ich habe neulich aber einen Puder gesehen. Da ist in dem Puder auch nochmal Hyaluronsäure mit drin. Das ist etwas, was in der Drogerie recht selten passiert. Ich habe gleich eine Alternative zu High-End-Make-up natürlich noch. Das ist aber ein Unterschied. Und durch diese Inhaltsstoffe ändert sich natürlich auch einfach das Finish des Produktes. Und bei dem ist es so, dass der auf der Haut immer sehr, sehr frisch aussieht. Es sieht jetzt sehr, sehr stark aus, finde ich, in der Kamera. Ist aber extrem leicht. Also er sieht auf der Haut nicht aus, als hättet ihr noch eine zusätzliche Schicht Produkt drauf. Gerade bei Puderprodukten ist es wichtig, dass man nicht zu viel benutzt. Weil Puderprodukte immer sehr schnell so aussehen, als hätte man Make-up drauf. Ich hatte es eben schon so ein bisschen angeschnitten, dass in High-End-Produkten oft Hyaluronsäuren oder Inhaltsstoffe drin sind, die die Haut optisch, aber auch pflegerisch nochmal so ein bisschen beeinflussen. Und ich habe jetzt hier, ich weiß, irgendwann ist es, ich habe das Gefühl, dass es für euch irgendwann zu viel ist. Deswegen probiere ich natürlich auch immer wenig über meine eigenen Produkte zu reden, weil ich euch damit nicht nerven will. Aber ich glaube halt, dass diese Palette wirklich sehr, sehr viele High-End-Produkte ablöst, in Anführungszeichen. Ich habe hier eine Palette, die ich sehr, sehr gerne benutzt habe, bis ich meine hatte. Das ist die Hourglass Ambient Lighting Added Universe Palette. Die sieht einmal so aus. Ihr habt auch hier gebackene Töne. Das hat nichts mit diesem Dupe zu tun. Das ist kein Dupe zu der Palette. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall nicht geplant. Diese Texturen, diese Swirl-Texturen, das ist Standard bei gebackenen Produkten. Was bei der Hourglass Palette sehr, sehr besonders ist, ist, dass sie sehr wet auf der Haut aussieht, aber auch sehr, sehr viel Schimmer drin hat. Hier sind auch Schimmerpartikel mit drin. Ich wollte euch aber noch so ein bisschen über die Farbe Tan Lines aufklären, weil ich hatte in den Reviews, die ich gesehen habe, immer so ein bisschen, das war eigentlich gar nicht so gedacht, aber super. Viele haben ihn als Highlighter benutzt oder deklariert, weil, und das verstehe ich total, mit dem Finger geswatcht wird und dann habt ihr einen sehr, sehr hellen Ton. Und wenn ich aber einen Pinsel auftrage oder einen Pinsel benutze, bekomme ich nicht diesen Schimmereffekt so stark raus, wie wenn ich ihn als Highlighter benutze. Das ist die Macht der Pinsel-Tatsache. Wenn ich einen kleinen Pinsel benutze, der festgebunden ist und da reingehe, kriege ich mehr Schimmerpigment raus. Wenn ich einen fluffigen nehme und ganz leicht hier reingehe, kriege ich tatsache eher die dunkleren Farben raus und habe dann einen Bronzer-Topper. Je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt, könnt ihr den entweder als Bronzer natürlich nutzen oder als Bronzer-Topper. Wenn ihr dunkler seid, dann ist das ein Finishing-Powder. Und das war mir wichtig, dass man das so ein bisschen verbinden kann. In dem Produkt ist auch nochmal Hyaluronsäure drin und gerade wenn ihr die gebackene Face-Palette oder generell gebackene Produkte, ich will gar nicht unbedingt nur über diese Palette sprechen, generell gebackene Produkte mit Wasser, also mit einem Spray, fixt, dann verbindet sich diese gebackene Textur wieder mit dem Wasser und sieht auf der Haut sehr, sehr frisch aus. Gerade wenn ihr vielleicht schon eine reifere Haut habt, sind gebackene Texturen eigentlich immer das, wo ich sage, das könnte ich euch empfehlen. Deswegen ist bei vielen Make-Up-Artists auch die Hourglass oder die Hourglass-Produkte generell sehr beliebt, weil es gebackene Texturen sind. Ich gehe jetzt mit dem Blush-Brush in die Farbe Amore. Der ist sehr, sehr pigmentiert. Ich brauche auch nicht so viel. Ich gehe hier ein bisschen lang und tupfe mir das einfach noch so ein bisschen hier hin. Und jetzt habt ihr in eurem Gesicht sehr viel Farbe. Wir setten das Ganze jetzt und dann zeige ich euch das Ergebnis von ganz nah. Und jetzt seht ihr das. Das ist im Prinzip eigentlich nur Wasser, was in diesem Spray drin ist. Die Puder-Produkte, ich bin kein Physiker, ich mache Beauty-Gyphitis, aber ich probiere es euch so ein bisschen zu erklären. Puder-Partikel sind, wenn man ganz, ganz nah rangehen würde, sind die uneben. In dem Moment, wo ihr Wasser raufmacht, werden sie glatt und die Haut sieht dadurch glatter aus. Und wenn euch das beispielsweise im T-Zone-Bereich, da kann es dann natürlich immer ein bisschen öliger aussehen, Microfiber, Multitool, Mini und dann hier wieder mit dem Rest, der hier noch dran ist, an den Stellen lang gehen, die nicht so reflektierend aussehen sollen. Weil hier möchte ich nicht, dass es reflektiert, weil sonst sieht es aus, als hätte ich eine speckige Haut. Hier auf der Stirn oder an den höchsten Punkten, wie ich habe hier so Neandertaler, heißt so, wie so zwei Höcker, die möchte ich betonen. Deswegen lasse ich das da. Hier um die Augen herum, um die Nase herum soll es nicht so schämmernd sein. Ich habe tatsache noch eine Lippenkombination für euch. Da habe ich mir jetzt nichts dabei gedacht. Ich fand die einfach nur sehr, sehr schön. Das ist der Plumping Lip Liner, Maxi Lip von Catrice in der Farbe Queen Vibes. Der ist sehr, 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 sehr kühl. Der erinnert mich, ich glaube, die Farbe hieß Teddy von MAC. Ich weiß es nicht. Grauen Unterton und ihr habt es gerade gesehen, ich bin hier über mein Lippenherz rübergegangen. Das funktioniert bei solchen Farben, die sehr ins Nudige gehen, immer sehr, sehr gut. Und habe mir die Lippe einfach vergrößert. I love it. Und dieser Gloss ist einer meiner absoluten Lieblings. Wirklich Glosse, die aber nicht nur Gloss sind, sondern wirklich Farbe haben. Das ist von Alverde. Er hat mich total überzeugt. Der Lip Gloss Nude Sensation in der Farbe 20. Sehr hell. Aber gerade in Kombination mit dieser kühleren Lippe und auch den, ganz wichtiger Tipp, fokussiere ich hier hin und gehe niemals, gehe ich mit Gloss in den äußeren Bereich. Weil, ein Spruch, den ich von Shari Kramer nie vergessen werde, Lip Gloss in den Innenwinkeln sieht aus wie Spucke. Und in dem Moment, wo ihr den Gloss zentral auf die Lippen setzt, also in die Mitte hier am Lippenherz und hier, wird die Lippe optisch vergrößert und der Fokus im Gesicht ist ein bisschen symmetrischer. Und das ist der fertige Look ausschließlich mit Drogerie-Produkten, die meiner Meinung nach besser oder zumindest mindestens genauso gut wie High-End-Make-Up performen. Ich bin super gespannt, wie ihr meine aktuellen Drogerie-Favoriten findet. Schreibt mir gerne eure Drogerie-Favoriten in die Kommentare, die eurer Meinung nach genauso gut oder noch besser als High-End-Make-Up sind. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!